Die steinernen Gebäude hier hinter mir, die sind über 500 Jahre alt. Hier in Ingolstadt gründete man damals die allererste Universität in Bayern. Vor fünf Jahrhunderten investierte man gewaltig in die Wissenschaft, in Bildung und Ausbildung. Und noch immer gibt es hier Schulen und Hochschulen. Die Jesuiten betreuten hier über Jahrhunderte hinweg so etwas wie eine Elite-Ausbildungsstätte für das damalige Deutsche Reich. Quasi eine Art Edel- und Vorzeigeinternat. Bedeutende Kirchenmänner wie der Jesuit Petrus Canisius unterrichtete hier am Jesuitenkolleg. Ausgebildet wurden hier zum Beispiel der bekannte Bankier und Kaufmann Philipp Eduard Fugger oder Ferdinand II., der spätere Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Ich kenne die alle nur aus meinem Geschichtsunterricht. Aber es freut mich, dass bis heute nicht nur hier in Bayern in die Wissenschaft, in Schulen und Universitäten immer wieder neu investiert wird. In meinen Augen sind Ausgaben im Bereich von Wissenschaft und Bildung und Ausbildung unserer Jugend immer eine lohnende Investition. Jede Regierung, jedes Land, aber auch unsere Kirche sollte sich hier nach Kräften engagieren. An der Börse kann man Euro und Dollar schnell gewinnen und verlieren. Investitionen in die Bildung aber sind immer und überall ein Gewinn. Denn wo immer junge Menschen mit guter Kultur und Wissenschaft in Berührung kommen, wo immer unsere Jugend gut ausgebildet und unterrichtet wird, da leuchtet schon heute der Himmel ein wenig heller. Ihr Rainer Woelki, Erzbischof von Köln.